Liebe Zellnispoint-Fangemeinde, wir sind stolz, muss ich sagen, dass wir dich quasi als Botschafterin gewinnen können. Übrigens, mir haben schon viele gesagt, coole Klamotten. Hast du so ein Feedback auch schon bekommen? Das habe ich auch schon bekommen. Siehst du? Und ich muss sagen, mir gefallen die Sachen auch persönlich sehr gut. Also ein bisschen farbig, bin eh eine, die sehr gerne etwas Knalligeres mal anzieht. Und jetzt beim letzten Grand Slam ein bisschen auffällig auf dem Platz zu stehen, ist immer schön. Also danke, dass du dabei bist. Wir haben viele, viele aufregende Sachen vor. Wir sagen Tschüss und dir natürlich alles Gute. Danke. Tschüss.